Hallo, grüß dich. Ich bin Philipp. Ich bin 22 Jahre alt und keine Familie. Ich bin als Beruf Karosserie-Spangler. In meinem Beruf setzt man hauptsächlich Unfallauto in Stand setzen. Das kommt von den größeren Strukturschaden bis zu den kleinen Hoge und Delle. Da ist eigentlich alles dabei. Wassen bis die Glöckchen bis die Punktieren. Da ist alles dabei. Ich bin ein vielseitiger Beruf. Meine Leidenschaft für das Karosserie-Spangler ist eigentlich hier entstanden. Das ist unser Familienbetrieb. Und da habe ich eigentlich vergelohnt, weil wir mitgekommen. Als Karosserie-Spangler ist es wichtig, dass man ein gutes Gefühl hat. Bald wir das Auto fertig gerichtet haben, kommen wir noch in diesen Raum. Dort werden wir noch die Spuren einstellen und die ganzen Assistenzsysteme kalibrieren, damit das Auto wieder sicher auf der Straße unterwegs ist. Die Teilnahme an die WorldSkills bringt mich sicher beruflich einen großen Schritt weiter, weil wir viel dazulernen. Entweder bei der Arbeit oder mit dem Experten, mit Alexander. Also das Training mit Philipp läuft gut. Seine Entwicklung bewerte ich sehr positiv. Ich merke, dass er die Sachen aufnimmt, was ich erzähle, dass er sich Gedanken darüber macht. Und das gefällt mir ganz gut. Uns freut es unmöglich, dass er Philipp hier mitgehen kann bei der Weltmeisterschaft, bei der Karosserie Spangler. Ich wünsche ihm viel Glück und dass er es gut macht und dass er uns wirklich gut vertrete. Wenn meine Freunde, dann mit der neuen Eben bete ich den Ich wünsche mir, dass er uns wieder etwas mitnehmen kann. Und ich möchte das mitnehmen.